Irgendwie... Ich wollte jetzt ein bisschen Robbenmilch nuckeln. Nuckelt. Los, ihr Machen. Nuckelt. Was ist mit... Was mit... Deine Mata? Schau dich an! Da seid ihr alle! Da seid ihr alle! Es regt! Es regt! Da regt sich was im Schuhliegen! Und zwar das Mana! Wirkliche hier mal puffen. Muss das sein? Muss das so sein, wie es hier ist? Muss das so einen Krach machen, ja? Pass auf, gleich. Wieso? Muss ich in die Mitte? Ja, du solltest innerhalb dieser... Könnte mir das mal irgendeiner sagen? Ich krieg hier draußen Schaden wie kein zweiter. Und jetzt musst du raus! Jetzt musst du raus! Raus! Jetzt weiß ich wieder, was hier geht! Das Spiel ist raus! Aue! Ist er down? Beißender Will! Äh, Wind! Fuck! Ist mit Ind! Mit Ind und Wille! Ah, hast du den Boss gelootet? Ja, hab ich! Herz von Großvisier Ertan! Ertan und Stefan! Hopp! Hui! Ja, scheiße! Irgendwas stimmt hier nicht! Wie geht denn das? Wo seid ihr alle? Upf, da! Upf in den Wind! Wieso bin ich am Start der Inni? Daneben geupft! Ja, natürlich bin ich daneben geupft! Muss jetzt nochmal laufen! Wart mal locker hier! Ich geb jetzt erstmal in die Quest ab! Siehste? Hörst du? Hörst du? Die regen sich hier gleich voll auf! Äh, ne! Ihr habt die Quest abgegeben! Recht im Austaus, dass du zu spielen und teleportieren geht auch nicht! Wie kann man denn daneben upfen? Ja, nicht... Du musst nicht hüpfen! Du musst in den Wirbelwind klicken! Ja, du musst es anklicken! Ja! Warum hast du das denn nicht gemacht? Ich weiß gar nicht mehr, wo es hier lang geht! Ist ja auch so... Ja, manche Menschen, ne? Die haben es halt nicht mit! Menschen? Du meinst Frauen! Wat? Ja, jetzt kommt der Blog, wo die frauenfeindlichen Witze gemacht werden, ne? Wie die Blondine, ne? Die in den Elektroladen geht! Ich hätte gerne diesen Fernseher! Am Blondinen verkaufe ich nichts! Achso, okay! Lässt sich die Haare färben! Ich hätte gerne diesen Fernseher! Am Blondinen verkaufe ich nichts! Aber ja, wissen Sie, da ich nur Blondine bin! Das ist eine Mikrowelle! Wo geht denn das hier zum Wind? Ja, wenn du vorm Boss stehst links! Nein, wieder zurück, wieder zurück, wieder zurück! Hä, wo war denn der Wind? Links von dir ist der Wind! The Wind of Change! Take me to the boofy of the moment! Nicht hüpfen klicken! Ja! Ich hab eben daneben geklickt und bin gleichzeitig geupft! Da hie ich da ja! So, ich bin da! Ja, jetzt hat aber einer die Gruppe verlassen! Wer war denn das? Tank! Nein, der Tank ist weg! Und wir sind wieder allein, allein! Ja, ja, der Tank! Toller, jede Mann! So, dann überbrücken wir das Ganze doch einfach mal mit ein paar lustigen Witzchen! Über Gnome und Elfen! Äh! King! Müssen wir jetzt hier warten? Am Lagerfeuer? Ja, wer soll denn tanken? Du, ich, zwei andere... Nee, lass mal stecken! Hat einer ne Brunensuppe für mich? Sitz hier am Lagerfeuer wie Wilden Westen! Oder ne Mundharmonika! Tü-tü-tü-tü-tü! Ne, das war Dieselmusik! Ich spiele gerade mit einem Loch in der Hose! I want 10 seconds! Hört auf, mich zu pieken! Naja, das war in Ordnung! Oh, er möchte nicht gepiekt werden! Oh, wenn du wüsstest, wo du hier gelandet bist, du hässlicher Org! Amazon ist die PS4 im Bundle wieder lieferbar, bis zum 30. Fürth! Uh, wer will denn die PS4? Hat man doch keine Cola für! Wenn wir das... Wenn wir das... Wenn wir das WoW-LP sein gelassen hätten, hätten wir wahrscheinlich von den ganzen Game-Time-Cards die PS4 kaufen können! Aber sowas von! Und ich muss diese Scheiß auch noch bezahlen, obwohl ich keinen Bock hab! Hm, ja! Sie sagte, ich soll sie fesseln und mir von ihr nehmen, was ich will! Ich puff mal! Ach, ja, okay! Kannst ja machen! Passt ja schon, ne? Feuer! Da-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Oh, Gyn von Anub-Arak. Anub-Arak. Da wären wir wieder beim rassistischen Part. Muss ich mir grad... Hallo, Freunde! Hallo, liebe Freunde des Z2! Ich blick hier grad nicht durch, aber mach ich... Hilfe! 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 So, jetzt kann ich in Ruhe hier kommen. Hilfe! 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 Nur nicht mal Verbände, verdammte Scheiße, ey! Hilfe! Hilfe! Äh... Da. Oh, really? Wow! Ah, hier! Ah, es gibt keine Leichen, die ihr verspeisen könnt. Da lag doch grad noch ein! Wo ist denn da, ist denn genau das? Was hast denn du für'n Hütchen auf? Ein Hütchen. Sieht aus wie... Jamiroquai. Dance! Na... Da ist ein Spiegel rechts! Ein Spiegel? Ach so! Ein Spiegel, ein Spiegel, ein anderer Land! Der ist der geilste Palai im ganzen Land! Geh mal weg, ich kann nichts sehen! Ein Drach! Was haben wir getan? Sobald nur ein junger Drache. Ja. Wirkelst auf dem Boden. Zum Reru. Müssen wir alle da reinlaufen? Müssen. Alle. Da rein. Ihr könnt die nicht töten. Stunden später. Pst. 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 Wollnamen genommen. Günni schrägstlich Gologe. Oder Bindestrich. Gologe. Oder Abstrich. Geologe. Wieso kann ich kein Schurkenhandel machen? Will kein anderer Schurke. Wir müssen aus dem... raus hier. Aber wir gehen ja nicht raus. Das ist... Ey, das sind Blitze! Ah, nein! Ich hüpfe! Ich hüpfe! Ich hüpfe sie zu Boden! Wieso bin ich immer tot? Ich hasse Innies! Gehst du aus der Scheiße nicht raus? Doch! Hier war nichts! Weit und reit nischt um mich rum! Nischt! Das heißt nicht nischt, nischt nichts! Schurkenhandel! Wieso kann ich kein Schurkenhandel machen? Ich hab... Verstand! Ich krieg keinen mehr hochgeheilt, ey! Das ist unfassbar! Kriegst keinen mehr hoch... Geheilt! Oh, jetzt bin ich mal auf dem Boss gespannt! Den Boss machen wir bestimmt zwei bis drei Mal. Was? Machen kaum. Alter, hier! Ich kann kein Schurkenhandel machen, Kacke, Mann. Ach Mann, warum buffe ich den Gyn mit Wille? Ist doch scheiße. So habe ich einen Gyn im Target. Vielleicht hat der keinen. Ja, Kratz. War doch nicht so weit, Mann. Ich war doch noch bei meinen Buffs am Gucken und alle Gryfner. Alle Gryfnern, ruhig nicht. Ich deck das nicht, aber muss ich auch nicht. Oh, das ist aber toll. Genau, geht alle weiter. Das hatte keinen Sinn, dich zu retten. Ich bringe den jetzt gleich eh wieder runter. Wir werden gleich leveln. Ohne Innis. Wenn du wolltest. Ich wollte in die leichteste. Was? Ich wollte gar keine Inni. Du wolltest alle, wenn. Ja genau, gib mir mal irgendwas. Sei froh, dass der noch nicht gefragt hat, soll ich nicht lieber heilen? Ja, kannst du machen, dann speck ich um. Speckt um. Der Captain um, Captain America. Speckt ab. Wieso kann ich kein Furkenhandel machen? Komm, Latte. Nee, dann könnte ich die Aggro umlenken. Umlenken im Kopf. Dann würde das gar nicht passieren, was da jetzt passiert. Was? Ich sterbe? Au. 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 Damals schon mit dem Patersohn so ein blöder Sprung. Wenn man gerade in Kataklysm rein ist, da hast du überhaupt keine. Du hast nicht genug Mana, um irgendwie zu überleben. In Innis. Hallo. Cut ist einfach zu krass. Okay, die Cut. Ach ja. Ihr dribts voran. Ja genau, mitten ins Feld. Dann kann keiner Magie ausüben. So wird's gemacht. Okay. Blitzpile. Blitzpile. Ich meine, wenn du einen guten Tank hast, musst du doch nicht viel heilen, oder? Oder doch? Das Problem ist, dass auch wieder hier Gyn 90.000 hat und wenn ich mit meinem großen Heel komme, dann bewegt sich da kaum was. Das ist deprimierend. Ja, dann level wir halt. Da geht die Zeit halt nicht wie im Flug. Irgendwas stimmt hier einfach nicht. Das stimmt mir jetzt schon wieder nicht. Oh, das ist aber schlimm. Trotz Tank anwesend. Was hat unser Tank und ein Schäferhund gemeinsam? Wuff. Der kriegt ein Fett aufs Fell. Bevor ich die Nase. Wieso hat der nur vor ich die Nase? Das ist ein Konekolog. Das ist doch Gynny in Ruhe. Das ist doch Gynny in Ruhe.